Es gibt Tage, die sind etwas ganz Besonderes. Der 6. September 2014, ein Samstag, war einer dieser Tage. Die Zertifizierung für die Marke Die Badgestalter. Im Juli 2012 entschloss sich das Unternehmen Kümstedt GmbH & Co. KG in Herbstleben, die Marke Die Badgestalter umzusetzen. Der Weg bis zum Markenbetrieb war aufwendig und anspruchsvoll. Die Logoänderung nach über 20 Jahren fiel schwer, war aber die leichteste Aufgabe. Das gesamte Unternehmen wurde auf den Prüfstand gestellt. Von der Büro bis hin zur Ablauforganisation. Alle Bereiche im Unternehmen wurden auf Professionalität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz geprüft. Mit einem Ziel, unseren Kunden gerade in der Komplettbadsanierung einen noch besseren Service zu bieten. Ein wahrer Kraftakt war die Neugestaltung und der Umbau der Badausstellung. Bis zum letzten Tag vor der Ausstellungseröffnung wurde gearbeitet, um unseren Gästen die vielfältigen Möglichkeiten eines modernen Badezimmers zu zeigen. Die zahlreichen Gäste überzeugten sich von der hohen Planungs- und Ausführungskompetenz. Andreas Kümstedt zeigte begeistert alle Details. All das ist nur durch die Unterstützung eines starken und motivierten Teams möglich. Für Andreas Kümstedt war der heutige Tag ein guter Anlass, seinen Kunden und dem gesamten Team Danke zu sagen. Meinem Team danken, dass die immer hinter mir stehen, diese ganze Sache mitgetragen haben. Weil ohne das Team ist der beste Chef nichts und umgedreht ist das genauso. Deswegen heißt es immer, das Team oder die ganze Mannschaft ist nur so stark, wie sie sich nach außen präsentiert. Steffi Uhlmann und Frank Schneider vom SHK-Verband zeichneten mit lobenden und anerkennenden Worten den Weg des Unternehmens zur Marke Die Badgestalter nach. Man könnte nie denken, dass es so ein Unternehmen hier in diesem kleinen Dorf gibt. Und das sollte man halt auch nach außen mal zeigen. Also danke, danke. Die Zertifizierungsurkunde ist sichtbares Zeichen dafür, dass sich unsere Kunden auf uns als Mitglied einer starken Marke verlassen können. Es war ein schöner Tag mit vielen angeregten Gesprächen in der Ausstellung und im herrlichen Ambiente des Innenhofes. Die Original-Thüringer Bratwurst durfte natürlich nicht fehlen. Wir sagen an alle Gäste, die den Tag für uns zu einem besonderen Erlebnis werden ließen, ein herzliches Dankeschön. Ihr Team von Kümstedt, die Badgestalter. Die Original-Thüringer Bratwurst-Türinger 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 Bratwurst-Tür